Moin Leute, mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 mit einem kleinen Abonnenten-Spezial. Und zwar seht ihr heute nicht meine nackten Beine und auch nicht mehr meine Beine mit einer Kochhose, nein. Ihr seht heute einfach ein kleines Spiel, Team Deathmatch auf diesem Flugzeugträger, was ich für euch vorbereitet habe. Und das Abonnenten-Spezial, ein über 50 Abonnenten-Spezial habe ich heute im Gepäck. Und ich freue mich natürlich über jeden Abonnent, der mich abonniert hat, weil das mir natürlich sehr wichtig ist, dass ihr mich abonniert, weil das ein gutes Zeichen ist, dass ich meine Arbeit doch richtig mache. Ich habe zwar nicht die beste Kamera oder auch nicht die beste KD, das gebe ich auch mal ehrlich zu hier, aber ich bin halt wie ich bin, Digga. Und jetzt kriegen die erstmal Sprengstoffe in den Kopf. Bin leergeschossen. Ich bin noch nicht leergeschossen, ich habe noch 30 Schuss, Digga. Ja, jawoll, schaut es euch an hier, es ist eine schöne Runde heute. Läuft sehr gut. Tardinger ist auch dabei. Hallo, Tardinger, willkommen bei meinem 50 Abonnenten-Spezial. Ja, gut. So, möchtest du jemanden grüßen? Ja, nee, gerade nicht. Oh, gerade nicht, ja, harmlos. So, also, Leute, wenn du keinen grüßen möchtest, dann nicht. Ja, muss ich mich aber trotzdem konzentrieren hier. Ja, ich bin jetzt kurz seit 9 Monaten auf YouTube und habe inzwischen schon über 240 Uploads, also YouTube-Videos. Und ich möchte euch einfach danken, Mann. Und ich werde natürlich in Zukunft mal andere Videos bringen. Vielleicht nicht nur Black Ops 2, sondern auch mal GTA oder vielleicht auch mal die Fallout-Reihe zu Let's Playen. Selbstverständlich, keine Sorge, auf der PS3. Ich bin nämlich nicht der Xbox-Spieler. Einmal auf Xbox, nie wieder auf Xbox, sage ich immer. Wir sind in Front. Gut. Ja. Feind ausgestattet. Ich könnte euch mal auf jeden Fall empfehlen, auf verschiedene Kanäle zu gehen, YouTube-Kanäle, unter anderem PS3 Business Germany, dann den Kanal Effect Brothers, also Effect Brothers, und auf den YouTube-Kanal die Chaoten HD und auf den YouTube-Kanal Lars Goldfisch. So, das sind die Kanäle, die ich euch empfehlen kann. Ich hoffe, ihr findet die Kanäle. Das sind sehr gute Kanäle. Die kenne ich alle persönlich, die Leute. So. Der will nicht sterben, Digga. Jawoll! Ja, Drohne! Ich habe die Drohne freigeschaltet, Leute! Ey, der YouTube Gamescom hat die Drohne, das gibt es doch gar nicht. Ich denke, was freut sich YouTube Gamescom so, weil er eine Drohne hat? Weil ich kein guter Spieler bin in dem Spiel? Gibt es andere? Den Don zum Beispiel? Den Don von den Chaoten HD? Oder den Lars Goldfisch, der Sniper König? So, Leute, ich denke mal, das Video beende ich jetzt einfach mal. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, diese 3 Minuten 9 Sekunden. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Video, euer YouTube Gamescom. Bis zum nächsten Video, euer YouTube.